Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen heute zu Quick Beine. Die Muskeln dürfen heute ein bisschen brennen, aber machen natürlich immer so mit, wie du dich wohlfühlst. Wichtig ist, dass du dich gleich mal aufrichtest und natürlich wärmen wir uns auch auf, bevor wir starten mit der Kräftigung. Also Brustbein heben, Spannung in der Körpermitte ist auch immer wichtig. Atme ein durch die Nase, atme aus durch den Mund, nochmal tief ein. Und nochmal aus, zweimal noch. Einatmen und aus. Letztes Mal. Ein und bleib hier und streck und rekel dich. Trete mit den Füßen rechts und links. Bewege den ganzen Körper mit. Lockere deine Arme und geh am Platz. Darfst du ruhig etwas schneller werden. Gleich marschieren, die Arme mitnehmen, als wolltest du walken. Sehr gut. Aufrichten. Folgen noch ein bisschen höher. Noch vier. Und jetzt gehen die Knie nach außen. Schau mal, Hüftgelenke mobilisieren. Sieht lustig aus, oder? Noch zwei. Und nochmal nach vorne. Vorne. Nach außen. Nach vorne. Hoch. Außen. Öffne deine Beine jetzt. Weiter in die Grätsche. Bist du bereit? Sehr schön. Dann bleibst du nämlich hier in der Grätsche. Und jetzt ist wichtig, mit mal weiter. Dass die Knie in Richtung zweitgrößten Zeh ungefähr gehen. Was nicht passieren darf, ist, dass sie nach innen knicken. Wenn du merkst, deine Hüfte ist nicht so beweglich, macht das gar nichts. Dann schließt du deine Füße einfach weiter. Okay? Wichtig ist die Aufrichtung. Füße gleichmäßig belasten. Und jetzt komm schon mal mit mir tief. Und hoch. Und wenn du hochkommst, spannst du deinen Po an und ziehst deine Füße gefühlt zueinander. Also tief und zueinander. Innenseiten trainierst du dann auch gleich mit. Nochmal. Zueinander ziehen. Und die Oberschenkel, die dürfen bis in die Waagerechte. Wenn du willst. Alles ist richtig. Zwei noch. Letztes Mal. Und jetzt bleibst du unten drei Stück. Drei, zwei, komm wieder hoch. Zieh zusammen. Drei, zwei, zieh zusammen. Nochmal. Gleich nochmal. Drei, zwei, eins. Geh noch. Vier. Oberschenkel schon heiß. Noch drei. Zwei nur noch. Letztes Mal. Und gehen. Und wenn du hier bist, dann darfst du jetzt zwischendurch die Füße schneller bewegen. Trippel am Platz. Arme gehen immer noch mit. So richtig bewusst. Spannung. Komm, komm, komm. Tempo, Tempo. Gib Gas. Noch mehr. Drei noch. Zwei noch. Bleibe hier. Gehen. Auf deinen linken Fuß stellen. Brustbein aufgerichtet. Fußspitze zu mir nach vorne. Und das Bein ohne dem Becken. Nur das Bein. Hoch und tief. Die Außenseite spüren. Nicht ganz ab. Bisschen noch. Komm. Zehn noch. Zehn. Neun. Acht. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Noch einen. Und wechseln. Kurz auslockern. Einmal auf dein anderes Bein. Fußspitzen nach vorne. Und los geht's. Hoch und tief. Tief. Merkst du auch hier. Also ich. Immer noch. Und jetzt noch die letzten zehn. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Noch einen. Und lösen. Gehen. Zwischenloch haben wir wieder. Genau. Ganz klein. Schnell. Komm, komm, komm. Natürlich merkst du auch den Po. Ganz klein. Trippeln. Rück noch schneller. Alles so wie es für dich okay ist. Du kannst auch gehen zwischendurch. Vier. Drei. Zwei. Hüftbreite Beine. Ich komme so ein bisschen seitlich zu dir. Jetzt sind die Oberschenkel parallel zueinander. Und du gehst tief und hoch. Richtung Ferse. Oberkörper wieder aufgerichtet. In deinem Gesäß ist dein Aufzug. Komm tief. Komm hoch. Nochmal. Hochschieben. Und nach unten. Gibt knackige Beine. Knackigen Po natürlich. Durch. Nochmal. Kleine Variation. Bleib mal unten. Schau mal. Ferse heben. Senken. Hoch. Nochmal. Tief. Fersen. Und hoch. Dann haben wir auch die Waden dabei. Und hoch. Tief. Fersen. Und hoch. Auch hier dürfen die Oberschenkel in die Waagerechte gehen. Nochmal. Und sie dürfen brennen. Letzten. Acht noch. Acht. Noch noch. Sieben. Noch. Sechs. Fünf. Vier noch. Vier. Drei. Zwei noch. Letztes Mal. Und locker gehen. Oder trippeln. Schaffen wir noch eine zweite Runde. Komm, komm. Tempo. Ganz kleine. Und leise abgerollt die Füße. Noch vier. Vier. Drei. Zwei. Einen. Und lösen. Gräte. Uh. Jetzt wieder so weit, wie es für dich okay ist. Und du gehst tief. Oberschenkel zueinander. Füße zueinander. Jetzt versuchst du auf zwei Mal tief zu gehen. Langsam, langsam. Und auf zwei hoch. Hoch. Ziehen. Eins. Zwei. Hoch. Und kannst rück. So einen Stopp machen. Hoch. Hoch. Tief. Tief. Stopp. Stopp. Genau. Länge an die Knie. Zeigen über den zweitgrößten Zeh. Nochmal tief. Tief. Hoch. Hoch. Acht noch. Acht. Noch. Noch. Sieben. Noch. Sechs. Noch. Fünf. Noch. Vier. Noch. Drei. Noch. Zwei. Letztes Mal. Mal. Und. Hochkommen. Gehen. Oder. Tempo. Tempo. Ganz kleine. So. Jetzt noch schneller. Denk immer noch an die Aufrichtung. Trotzdem ganz aufrecht bleiben. Noch. Vier. Acht. Sieben. Sechs. 5 4 3 2 1 1 Bereit? Außenseite, stütze dich ein, richte dich auf, komm auf ein Bein, nimm das Bein zur Seite und mach jetzt ganz kleine, du kannst dich vielleicht auch irgendwo festhalten. Oben bleiben. Merkst du? Noch 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 Höher Halte oben und löse. Andere Seite, letzte Seite. Nochmal auf das Bein stellen, Becken stabil. Bein heben und los geht's. Oben bleiben. Merkst du was? noch 20 20 19 18 17 16 wieder höher 14 13 12 11 10 9 8 7 6 und noch mal halten und locker auslockern und ein bisschen tempo wenn du möchtest jetzt werden die beine schon schwerer oder ich hoffe doch noch mal ganz kleine schnelle trippeln noch mehr komm 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 ein bisschen noch vier stück noch vier drei und locker aus hüft breit bleiben also wieder mindestens so breit wie deine hüfte und dies sind hier die hüftgelenke kommt tief und hoch po ist fest wo ist dein aufzug noch mal tief hoch oberkörper ist wirklich aufgerichtet variante sich erinnern jetzt kommt tief und hebt die fersen tief fersen und wieder hoch mach nur weiter ich komme zu dir und tief fersen oder ohne dem fersen heben machst es nur für dich entscheide einfach wie weit du gehst normal in spurt noch mal schaffen wir noch 8 nur für mich 8 noch 7 noch 6 noch 5 noch 4 3 2 tiefer halte unten fernse heben halte und löse gehen so und die letzte runde trippeln auch wenn es nicht mehr leicht ist gib alles gleich dehnen wir hast du es geschafft so jetzt noch mal Tempo komm ich sehe schon die Zielfahne nur noch 8 8 7 6 5 4 3 2 2 1 und gehen fleißig lass locker jetzt schüttel ruhig aus schreib mir ruhig wenn du nichts gespürt hast glaube ich nicht richtig schütteln auch mal zur Seite schütteln locker lassen so ein bisschen langsamer rechtes Bein anhalten schau mal Fuß fassen Knie zusammen und drück den Fuß in die Hand spür den Hüftbeuger Oberschenkel bleib aufgerichtet drück wirklich dagegen wieder lösen jetzt kreuze über den Oberschenkel und setze dein Gesäß zurück Po spüren kreuze einfach so weit oben wie es für dich geht wichtiges Rücken gerade bis du die Po-Muskeln spürst aufrichten dasselbe Bein jetzt hinten kreuzen mit der Außenkante und den Arm und zieh dich nach links die Außenseite dehnen wieder auflösen locker anderes Wein Knie zusammen Fuß in die Hand schieben aufgerichtet bleiben Ich bin echt gespannt wenn du morgen oder übermorgen auch kommentieren möchtest wie es deinen Beinen so geht ob du was also ob du nichts spürst wieder lösen nach vorne kreuzen rücken gerade Du kannst auch in die Suchzeile von YouTube immer eingeben was dich besonders interessiert zum Beispiel Gabi fasstner Beine dann findest du noch mehr Videos oder Po oder was auch immer dich interessiert hinter langziehen wenn es dir gefallen hat drück gefällt mir oder hinterlass einen Kommentar freue ich mich vielleicht hast du Lust meine Arbeit zu unterstützen mich wertzuschätzen das kannst du mit zum Beispiel im Monat 2,50 Euro 5 Euro 10 Euro unter dem Video ist der Link da heißt es Daddy deine Unterstützung das kannst du jederzeit auch verändern komm wieder zurück löse auf locker aus atme ein nimm nochmal beide Arme nach oben in Richtung Decke ganz lang atme nochmal aus lass locker atme ein atme aus und dein letztes Mal ein streck dich öffnen entspannen locker lassen sehr gut vielen Dank fürs mitmachen sehr fleißig ich freue mich wenn es dir gefallen hat wie schon erwähnt natürlich gerne kommentieren gefällt mir drücken vielleicht leitest du das Video auch weiter an jemanden den es auch interessieren könnte wenn du Lust hast kannst du meine Arbeit wertschätzen abonniere doch meinen Kanal auch falls du es mir nicht getan hast das ist kostenfrei abonnieren graue Glocke drücken und auf alle klicken dann bekommst du Info wenn wieder ein neues Video von mir da ist oder ganz einfach bis zu unserem nächsten gemeinsamen Training ich freue mich schon bis dann bis jetzt bis dann bis dann